wir haben aber was zum schießen wie das gefühlte darüber müssen auf den Vorsprung aber ich sehe jetzt nix wo uns das hinführen wird ok na ok na gut ein einsammeln und einmal kleben bitte und ab nach oben den nehmen wir jetzt noch mit ah hier gibt's ah ok wir wollten wir zwar noch nicht hin aber wenn wir schon mal hier sind noch mal die welt auf das schloss m m isometrischer palast ok jedenfalls eine andere kameransicht ja kann sie ja auch nicht verändern um ist noch so eine turnikum lady was was her�� nein nein was das ist er ist also level mit dem heim mir ein Tonicum nehmen was vielleicht was bringt über Kühlschrank wie genau so eine Bereiche ein Tonicum anzulegen das haben wir jetzt alles Rollenverbrauch weniger Energie Hamsterer Sammler was Sammler Fehler mit Jokers das ist gut höre wenn selten Objekte in der Nähe sind das ist auch gut ich würde erst mal das hier nehmen vielleicht nicht prima sehr beliebte Wahl ja kann ich mir vorstellen immer Federn aufessen da ging es nicht weiter dann gehen wir mal hier rein krass ist das jetzt so eine Art Prozent 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 wir wollen Prozent 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 gehen weiter kann aus als Kuhl ist sein und ehrlich gesagt Und mit den offenen Level-Enden, die... Okay, wer bist du? Wie kommen wir denn da vorbei? Was passiert, wenn wir hier hingehen? Wie kommen wir an euch vorbei? Ach, guck mal, da ist ein Vorsprung. Aber nicht viel Zeit, ne? Ah, verdammt, okay. Okay, ne, das ist nicht gut. Okay, wir fangen zumindest gleich wieder hier an. Ach, komm, ich dachte, wir können... Scheiße, aber... Hm. Okay, das ist natürlich sehr eng bemessen hier. Ah, komm schon. Oh, das ist doch gar nicht zu schaffen. Müssen wir rollern? Das wäre aber echt scheiße, ehrlich gesagt. Probier's nochmal so. Schafft man doch gar nicht. Dann müssen wir drüber springen. Können wir, wenn wir... Ja, ach komm schon. Oh, Mann. Wenn wir... Können wir da drüber? Warum ist denn jetzt auf einmal so ein Riesenabstand gewesen? Das ist doch übel. Boah, aber ganz ehrlich, das ist doch übel. Doch richtig übel. Wie gibt es denn nicht so etwas wie Leben? Weil der dauert doch ewig, bis der los springt. Bis der los springt, sind die fast schon wieder da. Krass. Ja, wir kommen doch zwei Schritte. Da müssen wir doch schon wieder springen. Krass. Nein. 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 Verdammt, nein, das ist Peji. Verdammt. Ah, okay, ja, der hat sich das dann bitte ausgedacht. Der gehört verprügelt, Gürtel. Ah, shit. Na, mach doch die falsche Animation, du. Ah, shit, ey. Blöde Vieh, wenn meine Tastatur verrückt schirrt. Ah, Mann. Shit, ey. Ja, krabbelt mir, du blöd. Fiebermonitor, hallo? Bin's wo? Hm. Nein, die will ich doch gar nicht machen. Nein, die will die anderen sollen nicht schon wiedersehen. So. Ah, ich drück zu früh. Ich drück einfach zu früh. Verdammt, 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 verdammt. Er will eigentlich einfach nur landen und, ja, und einfach direkt wieder losspringen. Weil beim Sprung machen wir ja einen ganzen Satz nach vorne. Ah, der war viel zu spät. Viel, viel, viel. Alter. Wer denkt sich denn sowas aus? Das ist ja echt frustrierend, dir. Ah, jetzt springen. Ich springe dem fast schon so weit entgegen. Das war zu spät. Oh, du. Aber das war zu spät. Verdammt. Ja, mach doch nicht. Mann. Ach, verdammt. Ja. Was denn? Äh, ich dachte, wir waren vorbei. Ich hab da mal an der Monitor geguckt und wollte, dass die Animation gleich rum ist. Nein. Ach, komm schon. Geh weg. Geh weg. Ja, da wird's allein. Das ist scheiße. Oh, krass. Äh, übel. Ich hoffe, der kann nachts nicht schlafen, weil man sich das ja ausgedacht hat. Ah, 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 ah. Nein, 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 nein. Verdammt. Oh, meine Fresse, ey. Nein. Nein. Das ist doch nicht wahr. Ich war fast da, mein Shit. Nein. Oh, ich bin her. Es ist echt belastend. Nicht auch da in der Liga durch sind. Ja, Schöp, na, mein. Oh, mein. Oh, je. ja ja mach doch noch ein bisschen langsamer, du Chore, ach gut schätze oh man achso, war ich denn ja, kacke ich darf nicht so weit vor ich muss lieber auf Deutsch mehr springen wenn wir eigentlich schnell sind weiter so nein, nein, nein oh fuck alter verprügelt okay cool, danke schön Tschüssi wir würden so, ist sie eigentlich man kann hier oh, ich wollte ja man kann nicht probieren, aber so einen blöden Pitchy mit der Zucker einsammeln können ne boah äh Pitchy, sag ich so, so ein Fehler oh man okay hier hier wir haben von der anderen Seite ja, ja zumindest was soll die Kurve an der anderen Seite hin und werden das so gehen, äh, es wird ein Stück zurück ist denn wenn sie schon so einen Dungeon einbauen, könnten sie vielleicht auch eine Karte einbauen, das wäre ganz praktisch hier ah, Rextro, hallo hey, Kollege Freunde, ihr wollt Rextro, nächstes Arcade-Spiel ausprobieren äh, Moment, ich dachte, dein Arbeitsplatz ist in dieser anderen Welt Geld knapp im Rextro Haushalt, das hier zweiter Job Spätschicht äh, tut mir leid, das zu hören, Rextro, musste gar nicht das ja alten Spielfiguren Multitasking fähig sein hihihihi äh, wollt ihr nächstes Arcade-Spiel ausprobieren? habt ihr Spielmüse dabei? äh, wir haben die Spielmüse noch nicht gefunden, Rextro, wir kommen wieder sobald wir sie haben ja, auf jeden Fall nicht so Arcade-Spiel angucken ja die Bisschen Glück äh, sie mit Tod ähm, kurz gerüstet äh, Lele, das ist eine alle, äh, sollten weise wählen ähm, äh, äh, ja ja, das war sie nicht das war sie cool ich wollte jetzt einfach der Reihe noch durchgehen und zwischendurch einfach sterben sehr gut so, jetzt können wir kurz ausprobieren hier äh, das war richtig nice wo kommt der? da wo? ich wollte nicht raus ähm, kackvogel wo steht da nicht der blöde Automat? wir müssen an den Automaten spielen, äh, würde gar nicht okay sind aber klein, der Automat ja, so aber bevor wir jetzt, äh, an den Automaten gehen, mache ich mal eine ganz kurze Pause nur schon wieder, äh, zweieinhalb Stunden ich sag, äh, 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 ganz kurze Pause wenn noch die Aufnahme nicht, ich schreibe mir das hier nochmal ganz, ganz fix mein kleines Fischlein ich weiß, wo ich das rausschneiden muss jetzt hört auf ihr zwei Mensch so, dann haben wir hier nämlich die Aufnahme, ja, drei bei zwei zwei Stunden nach zehn zwei Stunden nach zehn ist, bis man noch näher und ist ne Pause so, wie gesagt ganz gute Pause hier und dann ähm, geht's in paar Minuten auch gleich weiter kurzer Cut bis gleich so, meine Freunde, willkommen zurück ich bin zurück ihr war da die ganze Zeit da ähm, ich hab' nur ein, zwei Sachen zu Jukonele überlegt ist ja jetzt schon ne Woche her und ähm, der August mit vielen, vielen, vielen tollen neuen Spielen rutscht immer näher ähm, ich werd' mich mit Jukonele mal ein klein wenig beeilen das heißt, wir versuchen einfach ähm, im Endgegner zu kommen ja, durch die Level trotzdem mal angucken ich werd' ja nicht durch, äh, fuck ich wollte ich trinken ey, ich werd' ja nicht durchwaschen oder so, ich werd' ja ein klein bisschen schneller machen und ja, viel mehr sozusagen gibt's ja nicht wie gesagt, ist ne knappe Woche her ich hab' keinen Plan mehr, wie irgendwas geht ich hatte grad Probleme mit dem Controller deswegen ist es schon da ein, ähm, dritter Versuch wenn ich das jetzt erzähle ja, wir gehen, wieder rein, umgeweise als haben wir durch direkt zwei hübsche Ladescreens danke mhm, es konnte einfach die ganze Zeit alleine gelaufen ich hab' erst gedacht, die Tastatur drückt vielleicht irgendwie aber ich hab' den Controller rausgezogen, wieder rein gesteckt und dann ging's nachdem ich das Spiel auch schon ein, zweimal neu gestartet hatte also überhaupt keine Ordnung so wir mussten hoch ähm sehr genau, wir wollten hoch und zwar genau, zum großen Schlüssel hier die Gebieterweiterung kommt ab deine Zeit mit dir zu spielen wir kümmern am dürfsten und am schnellsten hin ähm, eigentlich tun wir noch mehr haben wir das hier schon gemacht uns fehlen auch noch das ist ja noch ganz aber ist das wieder ganz ist das da hinten auch ganz ja, da oben auf dem Berg ist auch ganz das ist, wir haben das schon was nehmen wir das in einem Rutsch machen müssen und hier dann ist das aber noch schneller als wie ja, das geht eigentlich nicht ne, guck mal da sind wir da da sind wir da ah, guck mal, da sind wir da schon fast drüben hier so schnell geht's los wiii wup 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 ich höre mich übrigens immer noch nicht selber also das ist hier so ne, wir sind gar nicht hin äh, das ist eigentlich sagt ein klein bisschen doof dadurch dass ich hier verschiedene Audiogeräte benutze also ich habe ja hier ein äh das Mikrofon läuft über Realtek über den Realtek Chipsatz jetzt über Klinge angeschlossen ich selbst höre mich aber über das Logitech Erzeug äh, was über USB angeschlossen ist weiß ich könnte jetzt über die Logitech Software können immer einfach seit June rein machen aber das war jetzt nicht dafür ich wollte ich würde schon gerne praktisch über das so äh aber genau äh ich würde schon ganz gern wirklich ähm dasselbe hören äh was ich äh was praktisch über das äh klickte Mikrofon kommt haben wir den zweiten auch getroffen nein ah, man kann das so machen also praktisch äh, würde gern dasselbe hören wir ja auch das ist nachhinein beim beim äh äh schneiden ist das kein Problem da ist alles auf äh separaten Spuren auch mehr jetzt drückt der wardin Vorbau dahinten um die wir wir Mormont wie gesagt, ich nehme alles auf separaten Spuren auf und daher kein großer Akt, da kann ich einfach das eine leiser machen, das andere lauter dann passt das schon, aber im Stream ist es halt ein bisschen doof und ja, den wollte ich nicht und es ist halt auch ein bisschen doof, was das leichter ist, in der richtigen Lautstärke zu reden, wenn man, eh, schneller wenn man sich selber hören kann ja, weil so ist es mehr oder weniger so, dass ich einfach, eh, gegen mein Headset anbrülle, so dass ich mich ein bisschen selber hören kann und wenn ich, wenn ich mich auch auf dem Headset hätte, wäre das glaube ich angenehmer ja, brauche aber nicht so, da sind wir ja schon da wird ja auch laufen da wird ja auch laufen wir können uns hier mal die Fehler holen die noch Maa, die fehlen ja, ach, warum gibt's hier noch was? ne gut, wir haben ja schon ein Petcy geholzt wenn ich mich recht, sind ja genau ein Petcy, haben wir ja schon genauer war ja 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 die blöde springlevel und ja 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 wir waren beim rexto stehen geblieben da wollte ich nämlich eigentlich einfach nur heimlich rein schneiden aber das hat nicht ganz so geklappt allem weiß vergessen wir haben das zu Schluss gemacht hatten nur noch so gut hier können wir gar nichts machen und wir irgendwie stopp nach Höhe um gehen wir mal hier lang ah nein nein ich hasse diese Viecher die Augen die sind es stimmt hier die weg auch kaputt und dann schön um ich glaube im ersten Level fehlt uns noch irgendein Bonus was gibt ja überall dasselbe wir haben glaube die DNA zum Beispiel schon gefunden genau ja die haben wir schon gefunden wir waren ja schon diese komische kleine Schneeschäber wo ist das ein Schieberätsel oder ich glaube die Fäder war ein Hinweis okay was muss ich hier tun redest du mit mir kaputt machen wo um ich gehe mal weiter vielleicht die 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 hallo Ich glaube nicht, dass das noch gewalt ist. Aber ich komme jetzt hier eh nicht weiter. Okay, wir versuchen das Ganze nochmal. Okay, jetzt sind wir vom Wind sicher, oder? So, da sind wir da aufgefüllt, also vom Wind sicher. So, hier haben wir Eis. Wofür brauchen wir das ein? Ah, nee, das Wasser, das Wasser. Ja! Ja! Gott, nicht so schwer! So, haben wir hier was? Haben wir hier was? Haben wir hier was? Nein! 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 Nicht so glücklich! Ok das das kriegen wir hin das kriegen wir hin Ok das 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 kein Problem hier das schafft man das schafft man das schafft man das schafft man da wo unsere Leben sieht es auch noch relativ gut aus Boah ich dachte jetzt fällt sich weiter weil wir nicht drauf stehen Oh Gott Ich hab mich erschrocken ey Shit Ok das hätten wir nie im Leben so geschafft wir haben viel zu oft in die Lava rein Ja ja meins 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 Auch meins Und Abkürzung geöffnet so was ist jetzt da hinten Noch eine Abkürzung das ist aus wie ein kleines Schild Meins 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 Hallo 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 Meins 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 So was ist das? Was toxischer Schleim von Müllunternehmen Timothy Robbins Was ist das? Ihr Müll ist unser Schatz Ihr Müll ist unser Schatz Warum Verraten die uns zuerst jetzt? Ah das wäre der Anfänger Abkürtel Neue Scheiße Ich wollte noch mal den anderen Weg gehen Mal gucken wo der uns hinbringen es hätte wieder das mit dem mit dem Eiswürfel da ne doch doch wir sind ja richtig nicht genau und jetzt gab es ja hier noch ein Weg besucht feiern wir gehen mal in diesem Weg der Hand und Rückwärter nehmen heute an Wochen um ich würde sagen ein neues Rätsel Ok, warte mal, wir brauchen das Wasser für... Warte mal, wir brauchen das Wasser für... Vielen Dank. kommen im Anfang vielleicht falsch gemacht das geschafft und wollen die Vorbereitung okay aber das finde ich cool hat man sich als zugeben für die Richtigkeit die Idee ist auf jeden Fall die schlechte wo ich im Anfang nicht die Ersterin gar nicht wahrgenommen ich dachte müssen einfach nur Feuer aufmachen irgendwas anzünden und da irgendwie langlaufen okay das erste war richtig ja ja das ist richtig immer wieder zurück in die Mitte dann nochmal Feuer ne runter da da komm 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 da kann er nicht immer mit dem feuer nicht mehr im traurigen Röden in der Zeit der Mönchengladen bei der Zeit 3 weil er wird dass da kommen die umdrauflaufen 10 Sekunden noch 8 Sekunden am letzten gescheitert wurden er gedammt gut mit zweitem Grundwissen steht hier schönes Lumpen umfrieren sie nie mehr dank Heizungsinstallateur er wird genau ok jetzt geht es ja weiter Aber guckchen, ja guckchen!